Tja Freunde, dort wo ich jetzt bin, ich bin vor 36 Jahren in dieser schönen Heimatstadt geboren. Warum ich bis heute dort in meiner Heimatstadt nicht mehr lebe, ist ein bisschen unbegreiflich, aber das habe ich alles meiner Mutter zu verdanken. Mehr kann ich wirklich dazu nicht sagen. Außerdem müsste ich jedes Mal nach Wien einreisen. Ja, eigentlich müsste ich jedes Mal in Wien einreisen, um hier geselliger zu werden. Aber, ja, ein bisschen Angst, weil ich schon passiert, dass ich da umkrache. Ja, aber, ja, ich finde es sehr, sehr bequem, aber, ja, es lebt sich auch halt gut. Und vielen Dank auch, dass ihr meine Videos liked, mich abonniert und so schön kann es nur sein.